In diesem Video zeige ich dir, wie du ganze Arbeitsbereiche auf Knopfdruck ein- und ausblenden kannst, wie du Tabellen und Diagramme wählen kannst, die du dir anschauen möchtest. Schauen wir uns das direkt mal an. Ich habe hier eine Pivot-Auswertung. Egal was das hier ist, ich habe links Tabellen, rechts daneben Diagramme und fahre mal mit dem Mausrad hier so ein bisschen runter und sehe, da kommt ja doch ein bisschen mehr. Ich muss also hier bewusst mit dem Mausrad durchgehen. Das möchte ich nicht. Ich habe auf der rechten Seite drei Schaltflächen. Altersstruktur, klicke ich mal drauf. Ja gut, das ist die erste Tabelle mit dem ersten Diagramm. Durchschnittseinkommen. Oh, ich sehe es gerade nicht. Ich drehe einmal ein bisschen am Mausrad. Das Diagramm war nicht aufgefrischt. Das ist die zweite Auswertung und die dritte Auswertung, die ich kann mit dem Klick hier auf eine dieser Datenschnitt-Schaltflächen, den entsprechenden Zeilenbereich, den ich anzeigen lassen möchte, ein- und ausblenden. Ich sehe auch auf der linken Seite, die Zeilen sind blau geworden, ein Zeichen dafür, dass irgendwo ein Filter aktiv ist. Bauen wir das Ganze doch einmal komplett neu auf. So, als allererstes, ich habe hier, damit der obere Zeilenbereich stehen bleibt, mich in die Zelle A9 gestellt und habe gewählt, Ansicht, Fenster fixieren und dort den ersten Eintrag, ich habe ja schon fixiert, Fenster fixieren. Wenn ich das nämlich nicht mache, verschwinden mir immer die Filterschaltflächen und der ganze Filterbereich da oben, die Kopfzeilen. Also, A9, der erste Teil, der sich wegbewegen darf, angeklickt und im Register Ansicht Fenster fixieren, Fenster fixieren. Das als erstes. Dann stelle ich mich mal neben meine Daten hier und überlege mir, welchen Bereich will ich denn sehen? Und ich stelle mich jetzt bewusst in den Teil, der stehen bleibt und schreibe dort rein mal Auswertung. Auswertung. So, und jetzt überlege ich mir, welche Bereiche sollen dann angezeigt werden, wenn ich mir, ja, das erste Diagramm anschauen will, das zweite Diagramm. Und da gehe ich so fort, dass ich den Bereich einfach markiere und mal überlege, wie lang der sein soll. So, so lang. Und dann schreibe ich, damit das nachher auch in der richtigen Reihenfolge ist, eine 1, machen wir eine Leertaste, Bindestrich, Leertaste und nennen das mal. Das ist meine Altersstruktur. Altersstruktur im Unternehmen. Und drücke jetzt, damit das in alle markierte Zellen eingetragen wird, STRG-ENTER. So, es gibt noch andere Wege. Zeig mal noch eine Möglichkeit. Ich markiere hier einen Eintrag. Ja, ähm, suche mir mal, bis wohin möchte ich. Das schreibe, äh, sehen. So, bis hier. Drücke die Großschreibtaste. So, hab mit links geklickt. Damit wird von meinem ersten Klick bis zu meinem letzten Klick der Bereich markiert. Dann drücke ich 2. Und nenne das mal Durchschnittseinkommen. Durchschnittseinkommen. So, jetzt drücke ich mal die Eingabetaste. Damit bleibt der Bereich markiert. Und drücke STRG-U für nach unten ausfüllen. Das ist eine Alternative zur STRG-ENTER. So, und dann markiere ich den letzten Teil, der angezeigt werden soll. Wenn ich das dritte Diagramm einblende, markiert, so, 3, das ist meine Verweildauer, Betriebszugehörigkeit, Betriebszugehörigkeit, drückt STRG-ENTER. So, und dann habe ich drei Bereiche. Und diese drei Bereiche, der Bereich ist ein bisschen höher hier, weil die Zeile auch höher ist. Diese drei Bereiche, die Überschrift, formatiere ich zu einer Tabelle. Das heißt, ich stelle mich hier rein, wähle im Register Start dort als Tabelle formatieren. Und ich muss nicht alles markieren, es muss nur ein zusammengehöriger Bereich ohne Lücken sein. Klicke als Tabelle formatieren an, wähle mir irgendein beliebiges Layout. Es kommt nicht drauf an welches, ich mache das nachher weg. Und entscheide mich noch dafür, dass der obere Bereich, die Überschrift, eine Überschrift ist, eine Tabellenüberschrift. Weil hier keine Zahlen drin sind, hat er das nicht selber erkannt. Und klicke auf OK. So, dieses Format kann man direkt wegmachen. Ich habe hier oben das Register Tabellenentwurf passend dazu, wenn ich in diesem Bereich stehe, der Tabelle. Und entscheide mich für ein anderes Layout. Das kann ich nicht direkt bei der Erstellung leider machen. Das ohne Formate. Das muss ich im Nachgang machen. Und dann entscheide mich hier für ein anderes Layout. So, und da ist auch schon der Schalter, den ich haben möchte. Datenschnitt. Datenschnitt einfügen ermöglicht es mir, diese Schaltflächen zu wählen. Vorher benenne ich das hier nochmal. Was ist denn das? Das ist ein Filter, welche Auswertung ich haben möchte. Der ganze Datenbereich heißt nämlich gerade auf der linken Seite Tabelle 2. Das ist hier ein Filter. FLT schreibe ich mal Filterauswertung. Damit ich weiß, worum handelt es sich hier. Und klicke jetzt den Schalter Datenschnitt einfügen für meine Auswertung. Klicke auf OK. Und habe jetzt hier so ein paar Schaltflächen, die ich an gewünschter Stelle platzieren kann. Und damit das richtig gut aussieht mit der Platzierung. Damit das auch richtig gut aussieht. Ich fahre erstmal nach ganz oben. Mache ich das ein bisschen kleiner. Und zwar drücke ich die Alt-Taste. Und mit gedrückter Alt-Taste und linker Maustaste kann ich die Ecken dieser Datenschnitte in der Größe neu ausrichten. Hier die Positionierung und die Breite mit Alt und mit der linken Maustaste. Also wenn die Sachen nicht gleich hoch sind mit Alt und linker Maustaste, habe ich die Möglichkeit hier das neu zu positionieren. So und jetzt kann ich hier oben auf meine Schaltflächen klicken. Moment, hier muss ich einmal kurz das Diagramm auffrischen. Ich habe nur kurz am Mausrad gedreht. Und kann jetzt hier wählen, weil mir ja die Zeilen hier entsprechend ausgeblendet werden, in denen sich die Diagramme und die Tabellen befinden. Ich habe es deshalb mit der Nummer halt gemacht, damit die genau die richtige Reihenfolge hier auch angezeigt wird. So und warum habe ich die Überschrift hier oben reingepackt? Ja, damit diese Überschrift hier überdeckt ist durch meine Datenschnitte. Ich kriege nämlich das Filterzeichen nicht weg. Auch wenn ich die Schrift weiß färbe, ich färbe mal alle Schriften hier weiß, damit die nicht angezeigt werden, ist jetzt nur ein Notnagel. Ja, ist nur ein Trick. Ich hätte die Spalte auch ausblenden können. Ich hätte mit Formaten arbeiten können, damit die Schrift hier verschwindet. Ich klicke mal auf die Überschrift und mache die Schrift einfach mal. Ich klicke mal mit rechter Maustaste. Ich mache die Schrift mal weiß. So, ja, dann sehe ich hier von nichts mehr, positioniere hier meine Schaltfläche drüber. Ja, und dann kann ich hier ganz easy den Bereich auswählen, den ich sehen und vielleicht auch drucken möchte. Und das könnt ihr natürlich auch für dynamische Berichte nehmen, für Reports nehmen, dass ihr mehrere Abteilungen untereinander, immer die gleichen Auswertungen, aber nach anderer Abteilung, vielleicht mit anderen Informationen daneben noch arbeitet, hier vorgeht mit den Filtern. Man kann auch mit Steuerung hier zum Beispiel mehrere Diagramme dann anzeigen lassen, dass man hier mehrere Schaltflächen hat. Das möchte ich aber gar nicht. Oder hier auf dieses Mehrfachauswahl vorher klicken. Dann kann man auch auswählen, was man sehen möchte. Nee, ich möchte immer nur einen sehen. Und dafür ist es hier oben doch wunderbar mit den Datenschnitten. Ich formatiere mir den noch leicht anders, klicke hier auf die Überschrift drauf, Datenschnitt. Dort habe ich noch die Möglichkeit des Layouts. So, dann passt sich das auch in die Umgebung ein. Das hier ist eine Pivot-Auswertung im Übrigen, wo ich auf Basis von einer Namens-, einer Gehalts- oder Mitarbeitertabelle, wann sind die in die Unternehmen gekommen, wo ich ausgerechnet habe, mit Hilfe von Pivot-Tabellen, die Altersstruktur, die Gehaltsverteilung und so weiter. Und wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, über Pivot-Tabellen, über die moderne Art Pivot-Tabellen zu erstellen, könnt ihr ab Mitte, Ende Februar euch meine neue Pivot-Reihe anschauen. Excel-Auswertung mit Pivot, eine ganz neue Reihe. Ich habe da schon über 100 Videos zu, aber da setze ich nochmal das völlig neue Konzept der Pivot-Tabellen mit Dart-Modell um. Das wird dann eine lange Reise. Aber vielen Dank erstmal für euer Interesse hier zu diesem Video. Ich freue mich wie immer über Feedback. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Platz 2. Neib.